My house, my house, take a trip to my house Spiele-SPC, welche das sein könnte, zeige ich euch gleich Heute wollte ich euch aber separat einmal zeigen, wo ich eben nicht da sein kann für euch Morgen geht es natürlich weiter mit Monster No-Content Wie es mit den Ligen-Upgrade-SPCs zum Team, auf die hier jetzt eben aussieht Und wie kann man sie am sinnvollsten, am einfachsten grinden Welches ist die beste von beiden und so weiter und so fort Euch kleine Tipps und Tricks quasi mitgeben hier in dem Video Bevor wir aber rein starten, wisst ihr Bescheid, könnt ihr das Ganze unterstützen Wie jeden Tag mit einem Daumen nach oben Nehmt euch kurz eine Sekunde Zeit, das wäre extrem nice Lasst also kurz, liebe Damen, mit einem Daumen nach oben Ich würde sagen, wieder über 600 Likes als Likes hier rauszugeben Sage ich mal 600 und 3 Likes, mal schauen, ob wir es schaffen Schauen wir dann 23 Stunden später nach Gerne auch kostenlos ein Abo dalassen, wenn ihr das heute nicht getan habt Und natürlich gerne eure Meinung dazu in die Kommentare Einmal schreiben, oder was ist euer Bigster Pull aus den neuen Ligen-SPCs gewesen Ja, wir kennen die Ligen-SPCs damals noch von der Winter-Wildcard-Geschichte Ich werde das heute auch ein bisschen gemischt machen mit natürlich der Bronze-Pack-Methode Wie ihr es quasi damit am einfachsten, wenn wir denn so wollen, grinden und craften könnt Ja, erstmal aber vorweg will ich euch mitnehmen Und zwar natürlich zu Fudbin Also bei mir ist jetzt gerade Samstag, die Stürmer sind noch draußen Und das, was euch natürlich erwartet, ist vielleicht neue, schon nächstes Team In Bezug auf Icons, I don't know Aber auf jeden Fall Bellingham, Modric und De Bruyne Die dürften jetzt an der Reihe sein Die werden wir uns natürlich dann am Montagabend, wenn ich für euch wieder am Start bin Äh, separat einmal anschauen Also so sieht das dann aus Bellingham, Modric und ein De Bruyne Hier am Start, die werden kommen Und wahrscheinlich wieder, wie auch am Freitag, wenn das alles losging Mit einer Sergio Ramos-SPC Das sieht dann so oder so ähnlich aus Vielleicht die Pogba-SPC, vielleicht kommt die auch schon am Samstagabend Vielleicht gibt es da schon ein Video hier auf dem Channel Übrigens, heute Mittag ist ja schon ein Bonus-Video gekommen Falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, da sind wir reingegangen in einen FIFA Ultimate Team Draft Und Freunde, ich kann euch noch eins sagen Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, geht da gerne rein Ich werde euch nachher in der Endcard auf jeden Fall einblenden Aber das auf jeden Fall erstmal vorweg zu Pogba Vielleicht ist das schon als SBC gekommen Vielleicht heute Abend Das kann ich jetzt gerade, ich kann nicht in die Glaskugel schauen Das weiß ich jetzt an dieser Stelle nicht Deshalb werden wir jetzt thematisch zurückgehen Und zwar zu den Upgrade-SPCs Vorweg, wie immer, müsst ihr euch kurz erstmal entscheiden Was für ein Typ von Spielern bin ich eigentlich? Punkt Nummer 1 ist erstmal Was habt ihr eigentlich im Shop? Habt ihr da auch Sets? Habt ihr da keine Sets? Wie sieht euer Verein aus? Ist der voll? Ist der leer? Wenn ihr natürlich schon Sets habt Geht natürlich gerne schon mal rein Sets zu öffnen Ja, jetzt haben wir heute zum Beispiel Ich jetzt gerade mit den Stürmern Kein Premier League Spieler drin Im Team of the Year Also werde ich natürlich dieses Prime-Spieler-Pack der Premier League Zum Beispiel noch nicht öffnen Ich werde, und das ist jetzt meine Meinung Zum Beispiel hier diese Wo sind sie am Start? Die 1181-Plus-Packs Die werde ich zum Beispiel auch erst öffnen Wenn das komplette Team of the Year draußen ist Aber falls ihr hier kleine feine Sets habt Prime-Elektro-Spieler-Pack Oder ein Gold-Pack oder sowas Öffnet die Sets erstmal Um euren Verein voll zu machen Das ist das erste Ziel Dass ihr zum einen Auf der einen Seite noch Im Shop Sets habt Für das komplette Team of the Year Wenn es raus ist Dass ihr die eben öffnen könnt Aber der Liegen-SPC-Grind Ist natürlich auch perfekt dafür da Um eben jetzt während des Team of the Year Zum einen aus diesen Sets Die ihr aus dem Liegen-SPCs bekommt Team of the Year zu ziehen Die eben aktuell dann drin sind Und zum anderen euren Verein An SBC-Futtern voll zu kriegen Denn, und das ist der nächste Step Wir haben natürlich auch SBCs Wo wir dann SBC-Futter brauchen Zum Beispiel, eben schon erwähnt Spieler-SPCs Das ist natürlich ein Aspekt Da kommt uns natürlich schon mal entgegen Sie sind 30 Tage da 92 Tage übrigens Falls ihr es nicht wusste Sind natürlich die Liegen-SPCs Also mehr als genug Ja Und wir haben 83% Doppel-Upgrade Von der SBC bin ich jetzt nicht so überzeugt Aber auch hier kann man theoretisch Futter reinballern Wir lassen die erstmal vorweg Gehen kurz ins Live-Segment Und da geht ihr einfach mal rein Und guckt, okay Wenn ich Futter ziehe In was stecke ich dieses denn rein Also jeden Tag werden jetzt natürlich Wunderbare SBCs kommen Ob es mal wieder Flash-SBCs sind Kleine Puzzle-SBCs Mit ordentlichen Packs Ich denke, ihr werdet auf jeden Fall Step für Step immer weiter gönnen Was wir auch noch lange am Start haben 77 Tage Falls ihr da mal Duplikate habt Die untradable sind Und ihr wisst, was soll ich machen Bevor ihr sie discardet Geht zum Beispiel rein Hier in die 80 Plus Upgrade-SBC Denn da könnt ihr wunderbar Auch das ist ein Teil des Craften Des Grindings reingehen Und eben hier Acht Spieler von der Anzahl her Abgehen Ja, also das nochmal Als kleiner, feiner Quick-Tipp In Bezug auf diese Geschichte Und ihr seht schon Ich bin eigentlich kontinuierlich Hier die Ligen-Upgrades Am Hin- und Her-Machen Letzter Pull War vor eben Ein Manuel Neuer Ein Manuel Neuer Ich glaube, das war die Runde hier vor Aus dem Bundesliga-Serie-A-Pack Aus dem kleinen Da sind nur 6 Spieler drin Prime-Gold-Spieler-Pack in kleinen Also komplett out of nowhere Kam er da raus Sehr, sehr einfach Vorweg Ich habe euch eben gefragt Oder kann euch auf jeden Fall beantworten Welches die beiden Von den beiden Ist die Leichtere SBC Die eine heißt Premium Auf der rechten Seite Die andere nicht Premium Premium suggeriert immer Die ist ein bisschen kniffliger Nein, aber sie ist wirklich einfacher Die Premium-gemischte Ligen-Geschichte ist wirklich sehr, 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 sehr simpel Woran liegt es? Es sind hier quasi Top-Ligen In den unteren beiden vertreten Und dann haben wir hier Eredivisor der League-Or Mit 11 Spielern Auch das ist machbar Es gibt so viele League-Or-Clubs Wo ihr vielleicht schon 6 Wo ihr 5, 6, 7 Spieler eben von habt Den Rest könnt ihr dann halt sukzessive einkaufen Da müsst ihr vielleicht dann auch mal Für 2 Goldspieler 6000 Münzen hinlegen Aber Und das solltet ihr natürlich auch so haben Das ist der nächste Step Um das Ganze mal durchzugehen Ihr solltet natürlich Coins auf der Uhr haben Ganz, ganz wichtig für den Ligen-SBC-Grind Dass ihr mindestens 100k Sowas in die Richtung habt Ihr könnt es auch mit 50k versuchen Aber Wichtig ist natürlich die ganze Zeit Das eben im Zirkel zu machen Packs öffnen, Packs öffnen, Packs öffnen Und falls ihr jetzt komplett unten sein solltet Und auch gar nicht groß Coins aufgebaut haben solltet Da zeige ich euch gleich noch was zu Aber Wie gesagt Diese 3 SPCs sind wirklich gar kein Problem Und Lieber Dallos für die Amerikaner Auch nicht schwierig Ich zeige euch gleich wie das Ganze funktioniert Hier bei dieser Upgrade-Gemischten-Geschichte Wird es schwierig bei dieser letzten Lipadoris-Südamerikaner-Geschichte Hier haben wir auch Drei sehr sehr simple Geschichten Und sobald ihr diese wieder Quasi freigeschalten habt Dass ihr die wieder machen könnt Macht so schnell wie möglich So wie ich jetzt auch Diese 3 SPCs Denn da bekommt ihr ein Primum-Gemischte-Spieler-Pack Ein Primum-Gold-Pack Und ein Gold-Pack zurück Das sind jetzt vielleicht die besten Sets Ihr wisst aber selber Ich habe schon aus dem Gold-Pack Na Icon gezogen Da kann alles dabei sein Wir haben außerdem nicht nur die 3 Stürmer aktuell draußen Wir haben auch die Ziel-Bauf-Tier-Icons aktuell draußen Also da gibt es einiges Wirklich einiges Und sehr sehr Gutes auch Was ihr aktuell ziehen könnt Das Schwierige wird dann hier Bei der 4. SPC Eben weil wir ein Maximal-Rating Von Silber haben Diese ganzen Spieler zusammen zu bekommen Ich habe jetzt mir ein Beispiel Ich habe 4 aus dieser Liga noch am Start Den Silber geholt Von Convibals Südamerikaner Liga Und Departivo wahrscheinlich La Guarda Da werden wir jetzt mal beispielsweise reingehen Das ist jetzt wirklich Absolut nicht abgesprochen Ich habe ihn jetzt einfach eben ausgewählt Und wir gucken einfach mal Was jetzt dieser Verein Wenn wir ihn denn finden Hier ist der direkt am Start Für Spieler erstmal hat Okay Das ist schon mal sehr sehr gut Denn keine Gold-Karten oder sowas Sind hier vertreten Und gucken einfach mal Was die denn jetzt so Im Durchschnitt Vielleicht kosten Ob es Sinn machen würde Jetzt mit diesem Verein Natürlich zu gehen Denn wir brauchen 11 Stück davon Und wir gehen rein 600 finden wir kein 700 800 1 Rechtsverteidiger Arias Jetzt hier am Start Linksverteidiger wir hier am Start Ihr seht also Hier sind einige Vertreten Und das ist sogar sehr Überraschend Sehr sehr gut Überraschend Sehr sehr gut Also 800 Nehmen wir ihn mal mit Als Beispiel Arias glaube ich Hatte ich den jetzt Oder hatte ich ihn noch nicht Ich glaube noch nicht Den Rechtsverteidiger Ab in den Verein Linksverteidiger Haben wir auch mehrere Alternative Ich nehme die jetzt mal Einfach fürs Beispiel Genau hier den Silver Hatten wir Fürs Beispiel Fürs Video mal mit Vielleicht den einen oder anderen Auch zu viel Aber damit ihr einfach mal Kurz den Überblick bekommt Wie ich es mache Auch wieder Linksverteidiger So viele Linksverteidiger Hoffentlich haben die Second Position Ich nehme jetzt die aber Erstmal mit So den ZDM Hatten wir noch nicht Wir haben den mitgenommen Ihn hatten wir auch noch nicht Dann Linksverteidiger Hier ist ein Innenverteidiger Das ist doch schon mal gut Lamancia Der nächste Innenverteidiger Ist hier Für 800 Also das ist wirklich schon Ja eigentlich direkt Ein Verein Den ich euch empfehlen kann Rias als seltenen Nehmen wir mal mit Vielleicht brauchen wir ihn Und weil ich die anderen Gleich eben nicht mehr kaufe Oder war ein Stürmer Brauche Werde ich sie wieder verkaufen Und dann haben wir auch Damit überhaupt gar keine Problematik Also rechter Flügel Linksverteidiger Linksverteidiger meine ich Den hätten wir aber auch Noch nicht am Start gehabt Hier hätten wir einen Torwart Also ihr seht Hier sind wirklich einige Und auch vor allem günstig Am Start Das ist doch sehr sehr schön Stürmer ist hier wieder am Start Da sind wir bei 48 Minuten Und wir gehen mal so grob durch Ob wir vielleicht schon Noch einen finden Hier ist noch ein Stürmer Den wir noch nicht haben Und die letzte Seite Rojas Weiß nicht Ein Linksverteidiger Kam mir auf jeden Fall Jetzt ein bisschen spanisch vor Also wir haben 1 Wir haben 2 Wir haben 3 Wir haben 4 Wir haben 5 Wir haben 6 Wir haben 7 Wir haben 8 Wir haben 9 Wir haben 10 Haben wir jetzt exakt 10 eingekauft? Nein Tatsächlich ein bisschen mehr Also Da seht ihr jetzt an dem Beispiel mal Und wir sollten das auf Tiefschmied kriegen Das sollte gar keine Problematik werden Spieler aus einem Verein Linksverteidiger Ein bisschen Tiefschmied brauchen wir ja dann auch Ihr seht 15 Die haben wir jetzt Und dann können wir hier wirklich Ja so wie wir lustig sind Die Spieler wieder reinballern Und den Rest auch wieder verkaufen Ich werde die behalten Weil ich werde die natürlich für den nächsten Run Benutzen dann Linksverteidiger hatten wir Und Masse am Start Deshalb kann der rein Und ihr seht Ja diese Liegen SPC als Beispiel jetzt Ist jetzt wieder freigeschaltet Wir haben 4 SPCs Die wir eben wieder machen können Ihr habt auch da gerade gesehen Da sind Bronze Spieler Mit dabei Aber auch hier können wir jetzt direkt wieder reingehen Was ich euch eben gesagt habe Eben mit den jeweiligen beiden Ligen auffüllen Entweder oder Oder gemischt Oder nur in die eine Liga gehen Oder wie auch immer Aber gut Die ist schon mal frei Ja und die 2 Packs haben wir jetzt freigeschaltet Prime Silberspieler Pack in klein Das Guell ist natürlich auch hier Wir haben tradable Packs Das heißt zum einen könnt ihr reingehen Natürlich falls ihr gar keine Coins haben solltet Oder nicht viel Direkt alles verkaufen Oder nur das verkaufen Wo keine liegen SPCs dabei sind Spanische zweite Liga zum Beispiel Wird ja auch benutzt Das heißt den würde ich zum Beispiel jetzt behalten Den Rest vielleicht dann verkaufen Also da guckt ihr dann auch immer nach Okay wie viel kosten die Sonst erstmal alles rein in den Verein Für SPCs nutzen und dann verkaufen Wenn sie vielleicht Relevanz bekommen Dann haben wir ja Ein 82 plus garantiertes Pack hier am Start Ein seltenes Goldspielerset in klein Sechs Spieler sind am Start Und auch da kann sich ein Team auf dir drin verstecken In diesem Fall jetzt hier ein Innenverteidiger Ein Stones 83er Rating Auch das gutes SPC Futter Wollen wir gar nicht meckern Und wir haben drei Du Blicat So Kulusewski Sind die alle drei tradable Ja perfekt Die gehen auf die Transferliste Und werden natürlich dann wieder genutzt Aber ihr habt eben gesehen Da waren auch Bronze Spieler mit dabei Und ich habe euch gesagt Ich will euch natürlich auch Anhand der Bronze Pack Methode zeigen Wie könnt ihr da vorgehen Also wenn ihr neulich Viele Münzen haben solltet Zum Beispiel 50.000 Münzen Dann könnt ihr natürlich auch erstmal Ich habe die SPC euch eben gezeigt Zum Beispiel Bronze Packs machen Denn was ist da natürlich drin Ja auch hier wieder natürlich brauchbare Spieler Den könnten wir jetzt für 700 Für das was das Pack gekostet hat Verkaufen Ich lasse ihn mal drin im Verein Wir haben außerdem noch zwei seltene 450 auf den geboten 400 wird der wahrscheinlich auch weggehen Aber was ist da eben drin Aus der polnischen Liga Aus der K-League Aus der spanischen Zweiten Liga Welche drin Aus der deutschen Zweiten Liga Aus der portugiesischen Welche war noch am Start Also auf jeden Fall die Die halt Relevanz haben Das ist in Bronze Packs Natürlich auch vertreten Also wir gehen gleich nochmal rein Wir machen jetzt mal 5, 6 anhand des Beispiels auf An Bronze Packs Aber genau das ist jetzt auch die Frage Die ich euch am Anfang des Videos gestellt habe Ihr müsst euch erstmal die Frage beantworten An welchem Step bin ich gerade mit meinem Verein Bin ich noch mit den Bronze Sets Am Grinden und am Craften Oder starte ich schon Oh hier haben wir jetzt zum Beispiel Einen aus der K-League am Start Der würde über 1000 bringen Da gehe ich jetzt zum Beispiel mal rein Und sage okay 1200 die nehme ich mit Ja Aber das ist jetzt auch die Frage Geht ihr erstmal mit der Bronze Pack Methode an sich Und gibt da Gas Bronze Pack Methode Falls ihr gar nicht Gar keine Ahnung habt Was mit der Bronze Pack Methode Auf sich hat Dann könnt ihr gerne in die Videos Hier auf dem Channel gehen Da gibt es von den letzten FIFA-Teilen Könnt ihr 1 zu 1 adaptieren Auf das jetzige FIFA Auch genug Videos Einfach mal auf den Channel gehen In der Suche Bronze Pack Methode eingeben Und dann habt ihr da En masse Videos am Start Und hier haben wir jetzt zum Beispiel Einen aus der Premier League Auch der reinvestiert sich quasi Von dem Pack her Also wir könnten die 3 jetzt verkaufen Und haben Profit aus dem 750 Münzen Set gemacht Außerdem haben wir noch Einen Kautschinski Und die Verträge Und der Rest hier Und wenn ich das diskarte Kriegen wir fast auch nochmal 200 Münzen Also ihr seht Es ist profitabel Schon anhand dieser Beispiele Jetzt gerade natürlich Wo die liegen SBCs draußen sind Bronze Pack Methode zu machen Viele fragen immer Ey Wann lohnt sich bitte Die Bronze Pack Methode Ich kann euch 1 sagen Die Bronze Pack Methode lohnt sich Immer Egal wann Italienische 1. Liga ist jetzt hier Zum Beispiel im Start Belgische Liga ist hier vertreten Mit einem ZM Es kommt natürlich auch immer Auf die Position an Innenverteidiger hier Er heißt auch noch Flo Perfekt Freunde Der Flo Zieht den Flo So muss es sein Auf jeden Fall Wir ziehen einfach Flo Bronze Pack Methode Lohnt sich immer Also wenn ihr Bock auf die Bronze Pack Methode habt Geht da einfach rein Wirklich Ihr könnt keine Fehler machen Ihr werdet definitiv Wenn ihr euch richtig Wenn ihr es richtig macht Und nicht doof anstellt Immer Mit Profit Da raus gehen Und wenn ihr erstmal Alles verkauft Früher oder später Es geht natürlich Auf die Masse Also es ist natürlich Jetzt nicht Öffne 5 Sets Und versuche dann daraus Irgendwie Profit zu ziehen Sondern nehmt euch Eine halbe Stunde Pro Tag Zeit Die Zeit die ihr könnt 10 Minuten pro Tag Macht das 7 Tage Die Woche Und ihr werdet sehen Es wird sich auf jeden Fall lohnen Zum einen Wird sich euer Verein füllen Zum anderen Werden sich eure Coins verbessern Wenn ihr dann euch entscheidet Die zu verkaufen Oder der dritte Step Ihr nutzt sie eben in SBCs Und da gehören eben dann auch Und da sind wir dann wieder beim Thema Die Ligen SBCs dazu Also ihr aus dem Bronze Pack Methode Könnt ihr natürlich Liga Portugal La Liga Smart Bank Serie B Bundesliga zweite Die polnische Alex Trager Klasa Und K-League Spieler ziehen Natürlich könnt ihr auch Wie eben gesehen Lieber der Rollers Bzw. Südamerikaner Bronze Karten Daraus ziehen Auch das ist möglich Und natürlich auch Aus den Top Ligen Die Ligen Die hier Am Start sind Aber Und da sind wir jetzt Beim nächsten Beispiel Wir können hier direkt Non-Stop Weiter machen Hier in diesem Beispiel Können wir jetzt reingehen Und sagen Okay Zeigen wir Bundesliga an Untradable Niedrig hoch Und dann machen wir hier Eins Dann machen wir hier Zwei Dann machen wir hier Drei Und mal gucken Wie viele Goldkarten Wir hier noch haben Einige Tatsächlich Und wir gucken mal Wie viele Wir denn hier Abgeben wollen Ich glaube an seltenen Ist es glaube ich Jetzt genug Wie viele müssen wir hier Wir haben sogar Einen zu viel Gar kein Problem Machen wir mal ein paar Auf die richtige Position Um schon mal die Chemie zu haben RM Natürlich aufs RM Und dann Gucken wir mal Bei den Trailable Auch das ist kein Problem Machen niedrig hoch Bronze Und Silber Nutze ich immer ungern Weil man einfach So viele Goldkarten nutzt Um da dann einfach Zu gucken Okay Die würde ich dann Erstmal als erstes Los werden Ist bei mir eigentlich Immer so Dass ich da Erstmal den Blick drauf hab Und den Rest Da kümmere ich mich Dann später drum Also Prömmel hier zum Beispiel Fürs ZM Das sind dann alles So Kandidaten 77er Rating Vom Rating her Überhaupt kein Problem Das Ganze irgendwie Hinzukriegen Machen wir ihn noch Wolfsburg haben wir schon Jetzt haben wir schon Hoffenheim Das heißt Jetzt können wir zum Beispiel Auch hier in die Serie A gehen Wir haben die Team Schmie Zwei Serie A Spiele reinstellen Können wir jetzt mal Als Beispiel machen Wir können jetzt hier Die Liga wechseln Wir können jetzt Serie A Einstellen Auch hier wieder Niedrig hoch Und Untradable Oh gut Das sind jetzt alles Ist hier Non-Rare Gut In dem Fall nicht Komm Gehen wir mit Non-Rare Tradables Ist auch komplett egal Und gehen jetzt mal Ein Labort Die Am Start Ligen S.B. Wirklich durchballern soll Insofern wird das Noch da Und perfekt Besser geht es gar nicht Zum Team Game of the Year Ich hoffe Ich hoffe ich konnte Ich hoffe ich konnte Heute zu diesem Wenn wir denn so wollen Bonus Video Und wenn ihr jetzt In den absolut Geisteskranken Draft Gehen wollt Dann empfehle ich euch Das Video hier unter mir Viel Spaß dabei Und wir sehen uns beim nächsten Mal Lasst Liebe da Euer Flo von Aschi Gaming Ciao Leute Ciao Leute